3 Ärzte für rund 2,5 Millionen Kinder Kaum zu glauben und doch wahr In Afrika sterben nach wie vor täglich 5 von 10 Kindern an einer harmlosen Infektion Seit 5 Jahren kämpfen oberösterreichische Ärzte dagegen an Jetzt soll ein Buch die Geschichte der hilflosen Kinder erzählen Gemeinsam mit der Linzer G, dem Rotary Club Linz Altstadt und dem Krankenhaus der barmherzigen Schwestern wurde eine mitreißende Reportage über das Leben und Leiden im afrikanischen Staat Eritrea verfasst Es ist ein buntes Lese- und Bilderbuch Sehr abwechslungsreich und vor allem kommen die Einnahmen aus dem Verkauf des Buches dem Projekt zugute, finanzieren also die nächsten Einsätze Rund 2000 Stück gibt es derzeit Um nur 20 Euro ist das Werk in den Buchhandlungen Thalia und Alex erhältlich Ein persönliches Anliegen war das Projekt auch dem Linzer G Generaldirektor und ehemaligen Rotary Club Präsidenten Alois Froschauer Wo ich persönlich sehr stark betroffen war, war mein Sohn, der Arzt ist, war mit bei so einem Einsatz und alleine von den Erzählungen, von den Fotos habe ich gesehen, wie wichtig dieser Einsatz ist und wie erfolgreich hier geholfen werden kann und wie dankbar diese Kinder und die Eltern dieser Kinder sind Künftig soll es auch eine Kinderkrankenstation in Eritrea geben Bis das Ziel erreicht ist, wird es aber noch einige Jahre dauern 2000 verkaufte Bücher mal 20 Euro Mit einem Erlös von rund 40.000 Euro könnte bereits ein erster Schritt in Richtung Krankenhausbau gesetzt werden was gefunden ist, war ein weiteres Überall